Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Black Desert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind immer noch unterwegs zum westlichen Wachlager und machen uns einfach mal auf den Weg. Wir lassen sie mal ein bisschen laufen. Oh, guck mal hier. Der Postenverwalter. Den können wir auch ansprechen. Das ist Balanos, westlichen Wachlager. Kapitän Cliff ist der Hero von Heidel. Nicht nur ein solcher von uns hat seine Freude verloren. Jetzt mal gucken wollt ihr. Items. Huch. Schubst mich nicht. Die Ohrringe können wir anziehen. Das Zeug können wir verkaufen. Ich dachte eben, wir hätten irgendwas bekommen. Okay. Gehen wir mal durch. Hier ist der Stall. Hier könnten wir wieder einige Leute anfangen. Hier gibt es eine Quest zu holen. Ich will denen nicht die Waffenstände ansprechen. Ich will ihn hier ansprechen. Was soll denn der Quatsch? So, den Schmied, den brauchen wir jetzt noch nicht. Die können wir ansprechen. Ach, die müssen wir sogar ansprechen. Okay. Wir haben alle Vertrauen in den Kapitän. Okay. So. Was war das denn? Ach, ich kann die auch beklauen. Okay. Ähm, mache ich jetzt mal nicht. Was ist hier? Krieg hier irgendwas angezeigt? Ach, der hier. Oi. Gefangener Berserker. Haut selbst. Okay. Der sieht... Der sieht schon stark aus. Erinnert mich irgendwie an Herr der Ringe. Aber okay. Du bist auch ein bisschen groß. So, ähm... Die Riesen hier sind schon sehr impulsant, muss man schon sagen. Oh, was ist das denn? Ach so, ja, der gefangene Uga. So, dich grüßen mal. So, äh, du? Können wir mit dir reden? Ich bin Luke von Valia. Ich verstehe. Jetzt weiß ich, was hier los ist. Dad... Oh. Okay. Ähm, dadurch, dass ich... Okay. Dadurch, dass ich, ähm, die Leute schon mit meinem anderen Char angesprochen hab, äh... Klappt das gar nicht mehr, die hier anzusprechen. Und wie man sieht, ganz kurz, auf dem Boden... Ich mach Fußabdrücke, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Hier im Schlamm. Ist ja cool. Okay. Jedem das seine. So, dich können wir noch ansprechen. Ja, genau, doch. Wirklich. Haben wir schon alle angesprochen, daher kann man die nicht mehr ansprechen. Guck mal, da ist ne Magier-Kollegin. Ich bin Captain Cliff, Commander des Westen-Guard-Camp. Grand Chamberlain, Jordine. Du kannst nicht vertraut werden. Hallo, da ist unser kleiner Freund wieder. Also ich muss schon zugeben, ich mag das Spiel. Das ist, es ist ein echt schönes Spiel. Manchmal ist das etwas unlogisch, aber okay. Ist ja jetzt noch nicht so alt. Da kommen bestimmt noch das eine oder andere Update, dass man das und das nicht mehr machen kann. Oder ähnliches halt. Schattel von Arno. Achso. Das sind die Wölfe. Ich zwinge Grauwölfe und... Okay. Wo muss ich da denn hin? Ah, okay. Gehen wir wieder zurück. Machen wir erst mal die Quest. Nicht, dass wir irgendwas doppelt machen. Lauf doch. Egal. Ah, ah. Noch die Fähigkeit hier erlernen. Hallo. Talent erlernen, haben wir nichts. Wir haben schon alle Talente erlernt. So, danke schön. Wieso leuchtest du? Ähm. Hm, 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 hm. Jetzt müssen wir mit ihr hier sprechen. Das ist wirklich nicht so. Äh, hm, 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 hm. Wie laying. Achso. Achso, erst. Ah ja, okay. Gut, hab ich geschafft. Hab ich gepackt. Und jetzt? Ach, jetzt muss ich... Ah, okay. Moment. Wieder mit ihm hier sprechen. Das war's schon. Okay. Gut. Soll mir recht sein. Wir machen jetzt erstmal die Grau-Wölfe. Dazu wieder Autolauf. Oh, was ist denn die neuen? Ähm, hab ich jetzt nicht sehen können. Mhm. Hä? Okay. Ich hab keine Ahnung, was das für eine Attacke ist, aber sie sieht sehr interessant aus. Ähm, hm, hm, hm. Das machen wir wieder weg, dass wir nochmal laufen können. Mit dir quatschen wir ganz kurz mal. Brauchen wir doch nicht. Okay. Wieder ein Gildenkrieg beendet. Das ist aber herrlich. Das ging jetzt schnell. Ach, deswegen haben wir auch... Ah, deswegen haben wir auch die ganzen Sachen nicht gesehen. Jetzt verstehe ich. Da das Ganze ja übernommen wird. Ach, ja. Manchmal. Ich krieg die Lebensenergie schon angezeigt, da ich die ja schon mit meiner Valkyre, äh, kennengelernt hab, die Figuren. Das waren jetzt zwei Grau-Wölfe. Ich bin wegen zwei Grau-Wölfen rausgelaufen. Das ist traurig. Aber okay, ich krieg immerhin eine Item-Tasche. Was schon mal sehr gut ist. Und dann machen wir uns jetzt auf den Weg zur nächsten Quest. Idan der Forscher. Und da. Da ist schon ein kleines Stückchen. Ja, das könnte ein bisschen Weg werden. Was auch sehr schön ist, ist, dass es hier einen Tag-Nacht-Wechsel gibt. Also die Sonne geht gerade unter, wie man sieht. Und ich schubse hier jeden an, der mir entgegenkommt. Selbstschuld. Zack. Und dich nimm mal mit. Batz. Ich krieg für jeden nur einen Punkt. Batz. 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 Die laufen mir aber auch rein. Okay. In der Zeit können wir mal hier ein bisschen umwechseln. Ich hätte gern das hier. Das hätte ich gern hier. Den Blitz hier vorne. Das ist... Was war denn das? Auf mehrere. Das ist... Ach, das ist die Taste. Okay. Dann können wir mal ganz kurz bei Items gucken nochmal. Hier können wir mal Autosetieren reinmachen. Ach, guck mal. Da ist eine Waldläuferin direkt hinter mir. Die ist ein bisschen schneller. Ich geb mal Gas. Und wir sind in einer sicheren Zone. In den... In uralte Steinkammer. Da ist doch schon mal was. Überall stehen hier Menschen rum. Wie nervig... Nein! Sie hat mich überholt. Verdammt. Nein! Sie ist schneller. Egal. Nicht so schlimm. So. Hier sind wir. Ah, gut. Dann sprechen wir gleich mal mit Edan. Den wir wohlgemerkt aus der ersten Stadt noch kennen. Danke. Ich darf die Zukunft... Was ich... Okay. So. Untersuch die uralten Statuen. Danke. Aber... Ach so, ne. Die hier, ne? Ah, ein Video. Vielen Dank. Hey, tell us anything at all you can remember about the black energy. You must rid yourself of all those hallucinations. Stop, he seems unstable. Are you okay, Aiden? We were one step too late. It seems the black energy has destroyed your memory. We better report this to the shrine. The experience will gradually reveal the way. Your destiny must have led you here. Und unser kleiner Freund hat jetzt ein bisschen Typänderung bekommen. Die Beißerchen sind schön. Nee, okay. Ah, guck mal, da können wir schon wieder raus. Jetzt müssen wir die Hüter des Waldes vernichten. Die Statuen sehen schon interessant aus, muss man schon sagen. Das ist sehr schön. Okay. Gut. Oh, wir haben ein neues Wissen. Neue Geschichte. Uralte Steinkammer. Okay. Das verstehe ich jetzt nicht. Das hatte ich doch schon erstmal durchgemacht. Egal. Nicht so tragisch. Und wir sind schon Level 12. Das ging echt rasend schnell. Jetzt noch ein paar Baumgeister lynchen. Hier ist einer. Der ist schon weg. Habe ich das jetzt schon eingesetzt? Ach. Ach, hör auf. Tut mein Begleiter? Oh, das muss ich jetzt mal testen. Das habe ich jetzt gar nicht, gar nicht darauf geachtet, muss ich sagen, aber. Ähm, ja. Tatsache. Mein Begleiter tut mir mein Zeug einsammeln. Das ist mir so gar nicht bewusst gewesen. Einmal durchgeschnitzelt. Schnitzel. Ja, die Magierin ist gar nicht so schlecht. Also die hat das schon sehr gut drauf. So, die hier sind schon fertig. Wir brauchen noch von den Kleinen. Da ist noch einer. Ich glaube, von denen brauchen wir noch. Genau. Zwei Stück. Und ja. Oh. So. Ähm, unser Begleiter. Genau. Sammelt uns die Items auf. Krass. Ist ja klasse. So. Noch einer weg. Und da ist der letzte. Quest-Ziel erreicht. Gleich mal wieder unseren Freund rufen. Und wir haben ein neues Oberteil. Dankeschön. Ähm, doch. Da ist es. Das, äh. Können wir nicht anziehen? Doch, können wir anziehen. Da ist eine neue Tasche. Da ist EP-Bonus. Können wir später zus gebrauchen? Oh, wir können ein neues Talent erlernen. Was können wir denn erlernen? Finstere Rüstung. Oder finsteres Manöver. Nahkampf ausweichen. Nahkampf-Verteidigung. Ja, eigentlich ausweichen, ne? Ähm. Gut. So, sprich mit Uno vor der Kobold-Höhle. Da können wir uns gleich mal auf den Weg machen. Oh, wir waren noch im Kampf-Modus. Oh, das ist ein gutes Stückchen. Das werde ich laufen. Äh. Off-Screen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Lasst mir eine Bewertung da. Am liebsten Daumen hoch. Und bis dahin sage ich mal haut rein. Und tschüss. Tschüss. Ja, bleibt mal stehen. Sag wenigstens tschüss. Tschüss. Tschüss.